So, ihr hört schon das Geballer. Unsere nächste Aufgabe ist eigentlich auch ziemlich simpel, nämlich betritt ein UFO. Was müssen wir dafür machen? Eigentlich ziemlich simpel, wir sollen einfach in ein UFO steigen. Wir müssen noch nicht mal damit fliegen. Also wer keinen Bock auf die UFOs hat, einfach nur hingehen, kurz einsteigen, wieder aussteigen und schon habt ihr die Aufgabe geschafft. Ich probiere mein UFO auf jeden Fall bei Steamy Stacks, ist eigentlich ziemlich simpel. Dann hier unten bei Camp COD ist natürlich auch noch eins. Dann irgendwo an der Brücke ist noch eins. Also die UFOs, selbst wenn sie irgendwo rumliegen, weil schon irgendeiner damit geflogen ist, wird das Ganze trotzdem zählen. Jetzt hoffe ich nur, dass mir gerade hier keiner in die Quere kommt und ich einfach ganz bequem hier einsteigen kann und somit die Aufgabe schon erledigt habe. Denkt nur dran, hier sind auch Wachen, aber darum soll es ja nicht gehen. Bis die uns entdeckt haben, sind wir eigentlich schon wieder weg. Zack, einmal fliegen und Abfahrt. So, ganz simpel die Aufgabe und ich denke mal, so werdet ihr das Ganze auch ganz einfach schaffen. Und in dem Sinne würde ich mich natürlich über ein Like freuen. Lasst gerne einen Kommentar da, gerne einen Like da lassen. Wenn noch kein Abonnent ist, gerne ein Abo raushauen und in dem Sinne euch auf jeden Fall viel Spaß mit den weiteren Aufgaben und haut rein.